Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute zu Gast bei Milena vom Kanal Milena und so. Hallo! Ja und wir machen heute eine richtig leckere Frühstücksidee in diesem Video hier. Und zwar machen wir Müsli-Schalen, da kommt dann noch ein bisschen Joghurt rein und Früchte und das schmeckt super lecker. Und bei dir gibt es Schokokekse! Genau, also wenn ihr dieses Video geschaut habt, dann schaut mal bei mir vorbei, dann gibt es leckere und gesunde Schokokekse. Genau. Ich werde euch Milenas Kanal einmal hier oben verlinken, in dem i und einmal noch in der Infobox, dann könnt ihr da auch vorbeischauen und euch ihre leckeren und gesunden Rezepte anschauen. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Müsli-Cups, mit den Müsli-Schalen. 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 Wie auch immer. Für die leckeren Granola-Cups benötigt ihr gehackte Mandeln, kernige Haferflocken, eine Banane, etwas Honig und Vanille, Joghurt eurer Wahl, ich habe hier griechischen Joghurt genommen und zum Schluss noch etwas Obst oder Beeren und gegebenenfalls Kokosflocken zum Verzieren. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog und unten in der Infobox. Als erstes gebt ihr die Banane in eine Schüssel und zerdrückt sie mit einer Gabel zu einem gleichmäßigen Brei. Dann kommt der Honig hinzu und gegebenenfalls etwas Vanille. Zum Schluss gebt ihr nur noch die gehackten Mandeln und die Haferflocken hinzu. Dann müssen die Zutaten zu einer gleichmäßigen Masse vermengt werden. Nun nehmt ihr euch ein Muffinblech und fettet es entweder kräftig ein oder aber ihr verwendet so wie wir zurechtgeschnittenes Backpapier und füllt die Förmchen damit aus. Pro Muffinschale kommen ca. 1,5 bis 2 Esslöffel von der Masse in die Form. Den Teig gut in die Form drücken und anschließend mit einer kleinen Gabel zu allen Seiten hin ausbreiten. Schaut am besten selbst, wie ich es hier mache. Bei uns hat die Masse für 7 Müsli-Schalen ausgereicht, aber das kann natürlich je nach Größe der Form variieren. Das Ganze kommt dann bei 160 Grad Umluft für ca. 14 Minuten in den Backofen, bis der Rand knusprig braun ist. Danach müssen die Müsli-Schalen erst einmal abkühlen, bevor ihr sie weiterverwenden könnt. Ihr solltet mindestens 10 Minuten warten, damit sie nicht auseinanderfallen. Nach dem Abkühlen sollten sie gut zusammenhalten, aber trotzdem nicht zu hart sein. Dann sind sie perfekt. Nun könnt ihr die Schälchen mit etwas Joghurt befüllen. Hierzu habe ich griechischen Joghurt mit 5% Fett verwendet. Ihr könnt aber natürlich auch jeden anderen Joghurt, wie z.B. Naturjoghurt oder auch Quark nehmen. Zum Schluss werden die Granola Cups noch mit Obst und Beeren dekoriert und wer mag, kann natürlich auch noch Kokosraspeln, Nüsse oder Ähnliches zum Forzieren benutzen. Wir haben uns hier für Blaubeeren, Nektarine, Kiwi und Kokosraspeln entschieden. Und fertig sind die super leckeren und auch noch schön aussehenden Granola Cups. Wenn euch unser gemeinsames Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Und vergesst nicht, bei Milena vorbeizuschauen auf dem Kanal und auch ihren Kanal zu abonnieren. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Folgt mir gerne mit einem Klick hier auf YouTube, aber auch auf Instagram und Facebook. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne oder schickt mir ein Foto, falls ihr das Rezept nachmacht.